Profis machen Profis. Wo? In den Bildungszentren der Handwerkskammer Dortmund. Die Bildungszentren Hansemann und Ardai Straße sind erste Adressen für Aus-, Fort- und Weiterbildung. Modernste Schulungsräume und Werkstätten. Zertifizierte Qualität. Über 550 Bildungsangebote. Jährlich mehr als 12.000 Teilnehmer. Trends nicht verpassen, Vorsprung sichern, Aufstiegschancen nutzen durch Technik- und EDV-Seminare, Meisterkurse, Studiengänge und Managementseminare, Inhouse-Schulungen. Eine europaweit einmalige Schulungsstätte für Gerüstbau, handwerksähnliche Gewerbe und Zweiradtechnik. Das Bildungszentrum Hansemann in Dortmund-Mengede. Bildung für Ihren Erfolg mit Brief und Siegel. Aus- und Weiterbildung auch online. Lehren und Lernen am Puls der Zeit. Wer vorankommen will, der kommt zur Handwerkskammer Dortmund. Profi werden? Infos gibt es unter hwk-do.de Untertitelung an.